Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 58.400 US-Dollar. Am Wochenende gab es keine sonderlichen Bewegungen, deswegen gab es auch kein Update-Video dazu. Aber wir befinden uns immer noch, sage ich mal, in so einer engeren Range zwischen 56.000 und knapp 61.800 US-Dollar. Aber in dieser Range tut sich halt auf dem 4-Stunden-Chart derzeit wenig. Trotzdem sind wir am Freitag noch, ich glaube, zwei Trades getriggert worden. Die schauen wir uns auf jeden Fall noch an, war jetzt nicht Bitcoin, waren ein paar andere Trades, aber die schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir werden auf die Ethereum blicken, wir werden auf die Stockmärkte blicken, Gold und die Forex-Märkte, weil da könnte sich diese Woche doch mal ein bisschen mehr auf jeden Fall tun. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung. Kleiner Tipp, auf meinem Zweitkanal ist mittlerweile das zweite Video online gekommen, am Freitag sehr, sehr gut angekommen bei euch. Also vielen, vielen Dank. Lasst da auch gerne ein Like und Abo da. Und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, wo ihr alles, was wir jetzt hier besprechen, nachtraden könnt oder auch nachkaufen könnt, dann empfehle ich euch meine Partnerbörse BingX. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Kommentarspalte bzw. in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 58.400 US-Dollar. Wie gesagt, es hat sich am Wochenende überhaupt nicht wirklich viel getan. Wir hatten keine signifikanten News irgendwie oder sonst irgendwie was. Der Markt ist einfach momentan ein bisschen eingepindelt. Trotzdem hat sich an der Analyse nichts geändert, dass ich eher davon ausgehe, dass wir hier nochmal in diesen Preisbereich zwischen 55.200 bis 53.700 US-Dollar rein sollten. Also das ist zwar ein größerer Bereich, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn wir jetzt sagen, diese Box ist schon relativ groß für einen Short-Bereich. Trotzdem, das ist jetzt erstmal so dieser Preisbereich, den ich gerne sehen würde. Wir haben hier noch so eine kleine Ineffizienz. Die schauen wir uns auf den 1-Stunden-Time-Film auch mal noch an. Hier sieht man es sogar ein bisschen besser. Da seht ihr hier diesen schnellen Pump nach oben hin. Genau hier, wo unser Pivot S1 liegt bei 55.300 US-Dollar. Also das wäre so die Oberkante oder so schon der Entry-Bereich, wo ich mir vorstellen könnte für eine kleine Long-Position. Mit Stop-Loss aber unter dem Golden Pocket. Das müssen wir auf jeden Fall absichern, weil auf 1 und 4 Stunden Time-Film das am sinnvollsten momentan einfach aussieht. Golden Pocket sowieso immer größerer Support. Und S1 könnte zumindest für kurze Zeit ein Faktor werden wegen der Ineffizienz. Diese füllen dann vielleicht kurz hoch und dann nochmal ein leichterer Abverkauf nach unten hin. Ansonsten bricht dann unser Golden Pocket. Dann sind die 48.000 bzw. sogar 44.000 wieder voll in Play. Wie gesagt, ich habe es euch letzte Woche schon mal im Daily-Time-Film mal gezeigt. Dieser Wig auf dem Tageschart gefällt mir überhaupt nicht. Er sieht nicht geil aus und man muss da wirklich dazu sagen, normalerweise werden solche Wigs zu 99% immer gefüllt. Ihr könnt euch noch daran erinnern. Ich habe monatelang gesagt, wann waren es, ich glaube hier, dass wir früher oder später die 51.000 US-Dollar sehen würden. Gut, es hat jetzt sechs Monate gedauert oder fünf Monate, je nachdem wie ihr es sehen wollt. Aber früher oder später werden Ineffizienzen und lange Dochte, weil dort eben die Liquidität liegt. Vor allem nach so einer langen Seitwärtsphase braucht der Markt Liquidität, um wieder entweder zu steigen oder doch nochmal weiter zu fallen. Und normalerweise werden diese Preisbereiche einfach immer früher oder später wieder gefüllt. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass wir früher oder später diesen Wig hier noch sehen. Besser wäre es, ganz ehrlich, lieber früher, weil dann haben wir es hinter uns. Können möglicherweise einen Bullrun starten. Wir gehen jetzt langsam in die heiße Phase. Wir haben jetzt Mitte August. September, Oktober, November werden sehr, sehr, ja, ich denke mal stark, starke Monate für die Märkte werden. Einerseits, weil natürlich auch Wahlkampf ist, außer es sollte nochmal irgendwie was anderes dazwischen kommen, wie die, ja, keine Ahnung, Krieg oder sonst irgendwas. Aber Zinsentscheid stehen an, wahrscheinlich Zinssenkungen und sowas. Das könnte schon nochmal ein Katalysator dafür sein, dass wir übergeordnet natürlich nochmal runtergehen sollten. Also meiner Meinung nach wären die 43, 44k Best Case für einen Bullrun. Ich würde mich aber auch damit zufrieden geben, wenn wir in Richtung 48.000 US-Dollar gehen. Also das jetzt mal nur so ein bisschen weiter oder mit Weitsicht gedacht. Es wäre das Sinnvollste meiner Meinung nach, wird sich dann zeigen, aber dieser Wig wird früher oder später auf jeden Fall, meiner Meinung nach, auf jeden Fall gefüllt. Ansonsten trade-technisch, wie gesagt, müssen wir jetzt mal warten, wie hier so die Woche startet. Für mich dieser kleine Preisbereich momentan die sinnvollste Entscheidung. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier schieben wir mal einfach unseren Trade-Bereich einfach mal ein bisschen weiter rüber, weil sich da übers Wochenende auch nichts getan hat. Wir haben zwar unseren Up-Trend-Kanal oder unsere Up-Trend-Linie hier erstmal nach oben hin verlassen, wurde jetzt aber auch übers Wochenende nicht mehr wirklich weiter nach unten hin getradet. Auch hier eher seitwärts. Deswegen erstmal hier FIP-Level ziehen von unserem Tief zu unserem Hoch. Da sehen wir auch, okay, deswegen 2370 bis 2330 wäre so die Möglichkeit für potenzielle Long. Auch hier machen wir uns mal eine grüne Box hin in diesem Preisbereich. Würde auch sehr, sehr gut passen auf dem 4-Stunden-Timeframe mit hier dieser 4-Stunden-Demand-Zone, beziehungsweise hier mit diesem 4-Stunden-Order-Block. Das, was ich hier überschneiden würde. Und ansonsten bricht dieser Bereich, werden wir auch sehr, sehr wahrscheinlich hier einfach wieder die 2080 Dollar sehen. Und das ist dann auch unser Spot oder mein Spot-Einkaufbereich. Unser darf ich glaube ich nicht sagen, aber mein Spot-Einkaufbereich hier bei Ethereum. Und es wäre auch hier, wenn wir uns das auf dem Daily-Timefilm angucken, immer noch das sinnvollste Szenario. Also zumindest einmal in dem Preisbereich zwischen 2070 und knapp 2123 US-Dollar runterzufallen. Es würde einen massiven doppelten Boden ergeben. Wir hätten wahrscheinlich sogar, je nachdem wie lange sich das jetzt noch zieht, noch eine Bullish Divergence auf dem Daily-Timeframe wäre auch top. Und wir hätten die größten Wigs hier einfach gefüllt. Und das wäre einfach das Nonplusultra. Und dann könnten wir theoretisch in einen Bullrun starten, beziehungsweise in einen neuen Bullrun einlaufen. So kann man es im Endeffekt auch sagen. Ansonsten, ihr merkt da relativ neutral, seht ihr am Rande. Manche sind Minus, manche sind Plus. Also jetzt nichts wirklich weltbewegendes. Deswegen schauen wir mal zu Gold. Aber hier auf dem 4-Stunden-Timeframe, unsere Short-Order wurde abgeholt. Würde sogar sagen, eigentlich perfekt hier. Also da bin ich zumindest reingegangen bei 2500 US-Dollar. Ansonsten sind wir nochmal ein bisschen höher gestiegen auf 2509. Ist aber alles noch im Rahmen unserer Short-Box, geht bis 2514. Ich würde den ersten Take-Profit hier, das ärgert mich ein bisschen, ich wollte hier bei 2475. Er ging nur auf 2477. Jetzt würde ich nochmal so umschwenken auf 2473. Also irgendwo hier in diesem Bereich der Ineffizienz. Ich kann euch das noch auf einen 1-Stunden-Timeframe zeigen. Das ist so dieser Bereich hier unter dieser grünen Box. Da würde ich jetzt dann ehrlich gesagt irgendwo den ersten Take-Profit dann reinsetzen. Also ihr solltet wahrscheinlich alle reingegangen sein, weil das habe ich jetzt schon seit, ich glaube, einer Woche oder so gesagt, dass das eigentlich so der beste Bereich wäre für uns. Und ihr seht auch hier, hier wäre es Golden Pocket. Also es wäre für uns das Best-Case-Szenario 2474, 2475, vielleicht kurz vor dem Golden Pocket. Entweder kriegt man dann nochmal einen Shot nach oben oder nur so einen halben bis auch ins Golden Pocket und setzen dann die Reisen nach unten hin fort. Das wären so jetzt die momentanen Alternativ-Szenarien. Ansonsten perfekt die Short-Order hier oben erst einmal abgeholt. DAX hat die Verdopplung abgeholt. Das heißt, unsere Short-Order wurde verdoppelt. Wir haben hier die Ineffizienz jetzt erst einmal gefüllt. Wir sind zwar positiv in den Freitag gestartet, trotzdem, ich gehe hier nicht davon aus, dass ich diese Erholung jetzt erst einmal fortsetzen würde. Zumindest hoffe ich es jetzt nicht, weil wir einfach immer noch Short sind, der aber natürlich abgesichert ist. Trotzdem warten wir immer so richtig ab. Ich traue den Märkten nicht wirklich, dass es das jetzt hier schon mit dieser Erholung war. Man muss jetzt auch dazu sagen, wenn wir mal einen DAX als Beispiel hier nehmen, sind wir hier schon wieder 8% knapp nach oben hin geballert. Also hier wäre auf jeden Fall zumindest mal ein kurzfristiger Dump einfach nochmal angebracht. Auch hier kurzes FIP-Level ziehen von unserem Tief zu unserem derzeitigen Top, muss man natürlich dann nochmal anpassen. Aber zumindest mal bis 17.690 bzw. 17.500 in das Golden Pocket wäre eigentlich erst ein kleiner Ankerpunkt, wo wir dann darüber nachdenken könnten, ob wir dann noch einmal entweder hier long gehen oder ob es das jetzt wirklich hier schon mit eben diesem Dump war. Man muss auch dazu sagen, hier diese gelbe Linie, unser vorheriger kleiner Downtrend-Kanal wurde jetzt hier auch nochmal getestet. Also momentan gehe ich eher davon aus weiterhin, dass wir hier nochmal runter gehen. Und hier unten könnten wir dann über einen kleinen Long mit potenziellen Hedge, den wir ja dann noch offen haben, darüber nachdenken. So, Forex. Auch hier, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Take Profit 1 wurde verfehlt. Deswegen läuft der Trade hier auch noch. Ansonsten tut sich eigentlich auch hier wenig. Ich gehe, Entschuldigung, ich gehe davon aus, dass wir hier vielleicht jetzt nochmal ein bisschen rumgaukeln, weil wir hier noch so einen kleinen Wig nach oben hin haben. Den könnten wir uns nochmal holen, muss aber nicht. Der Trade läuft aber ehrlich gesagt erstmal weiter. Also da mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken. Und wir warten einfach ab. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser Forex-Markt diese Woche, ich glaube, Micha hat es am Wochenende mal kurz in die Telegram-Gruppe reingepostet. Auch weil wir hier jetzt mal unser Ziel erreicht haben beim DXY, was dazu führen könnte. Wir gehen aber auch hier mal ganz kurz in den 4-Stunden-Time-Frame, weil wir jetzt hier vor allem auch mal eine Bullish-Divergence im DXY haben. Könnte dazu führen, dass wir jetzt hier mal so eine Erholung sehen beim DXY. Das heißt, der Euro ein bisschen schwächer wird. Generell alle Dinger gegenüber dem US-Dollar. Gucken wir uns mal noch ganz kurz die größeren Time-Frames an. Auch hier auf Daily-Sicht müssen wir aber sagen, wir haben hier unten noch so eine kleine Ineffizienz. Bei 101 rum bis 102. Also es wäre noch Dump-Potenzial da. Andererseits geben zumindest die kleineren Time-Frames erstmal Hoffnung auf eine kleine Rally. Das heißt, wir könnten uns jetzt auch die nächsten ein, zwei Tage mal ein bisschen die anderen Forex-Kurse angucken gegenüber dem US-Dollar. Ob es jetzt Schweizer Franken oder sonst irgendwie was ist. Können wir uns alles mal angucken jetzt die nächsten Tage oder werde ich mir jetzt erstmal angucken, um dann euch möglicherweise morgen im Update-Video dann mal was Kleines mitgeben zu können. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wenn Fragen sind, gerne in die Telegram-Gruppe kommen. Würde mich freuen über ein Like, würde mich freuen über einen positiven Kommentar unten. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich gucke mir ein paar Forex-Paare an. Und ansonsten, ja, bis dahin. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Cript.